So meine Freunde in der Sonne, willkommen zur zweiten Runde der Rocket Plays Serie, würde ich jetzt mal das schon nennen. Diesmal mit zwei anderen Gästen. Ohne Sebastian diesmal. Diesmal war dabei einmal den Yannick. Guten Tag. Und, ja, hallo Moritz, würde ich das mal sagen, ne? Hallöchen, geil. Lucky is Mo, wie geht's euch? Wie geht's? Ja, geht's dir heute. Oh, schön, schön. Oh, schön, schön. Wie geht's dir heute? Mir geht's uns gut. Und bei euch beiden so. Ach ja, umstände, ne? Stimmt. Vor allem, wie es jetzt so besser ist als gestern schon. Was soll das denn bitte? Ja, war grad ein bisschen Glückstor, muss ich sagen. Oh, fast schon wieder. Gerade von mir. Aber was soll denn Glückstor? Das ist viel zu gut, ey. Ich spiele ein Tor. Ah, Mann. Boah, fast auch klingt. Der Text, Junge. Texas. Lane, Texas. Ne Runde, Loll, wird die Tage auch online kommen? So gegen Wochenende, Ende, Wochenende. So gegen Sonntag, würde ich mal sagen. Oh. Der ist dran. Hab ich gefällt, sorry. Der Blobber. Der was? Der ist Blobber. Das haben wir sehen, wie wir ruft, die, Alter. Der Blobber, der macht das hier, ey. Ich glaube nicht. Das ist unglaublich. Was haltet ihr von meiner Punktzahl? Stabile Null. Ist das, ist, okay. Kann man machen, oder? Wie sieht man das? Verlangen bis zu der Erste. So muss ich denken. Stimmt. Ja, und... Klingt jetzt halt lustig, aber wir hatten schon sämtliche Aufnahmefehls heute. Echt der Wurm drin gerade. Sämtliche? Sämtliche. Einige, Alter. Ja. Kann man schon so sagen. Oh, ey. Gucken wir mal jetzt. Diesmal dazuerstehen wir die Aufnahme, ja? Jetzt haben wir ein bisschen Spaß in Rocket League. Oh, Spaß hier. Oh, der ist drückt. Oder doch, kein Spaß. Was ist los, Mann? Gott. Ich hab dir den Punkt gemacht von denen, ey. Also, eigentlich gut. Ja, der Sebastian spielt bald auch noch mal eine Runde mit. Wahrscheinlich vielleicht nicht die nächste, vielleicht nicht die übernächste, vielleicht dann wieder. Aber ich kann nicht so viel verspielen. In unserem Team-Ranked-Format, was bald kommt, ist er auf jeden Fall auch wieder dabei. Je nachdem, wie ihr ihn auf der Sympathie-Skala entschätzt. Die Skala geht von absolutes Affenkind bis zu Allesklar. Und was ist Allesklar? Allesklar ist Allesklar. 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 Nee. Okay. Das beste Feature in Rocket League ist immer noch das hier. Äh. Sack. Du fährst. Wenn man halt, äh, sich nett mit den Gegnern unterhalten möchte. Da fallen dann auch so Wörter wie, habt ihr gut gemacht, ihr spielt super, äh, well-played. Oh, den weg, der ist ja schnell. Habe ihn gelehrt. Befreiungsschlag. Befreiungsschlag. Ich bin befreit, Jungs. Wie befreit wirklich? Uuuuh. Ich habe schon gedacht, dann kriege ich den. Ich habe ihn, ich habe den guten Geist des Wissens entfesselt. Deswegen Befreiungsschlag. Ja, aber noch ein bisschen mehr Scheiße, bitte. Ähm. Ne, ist eigentlich ganz gut, ist eigentlich schon genug so gerade, finde ich. Als ob. Schön, 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 schön. Alles klar. Ich habe nicht noch was gemacht. Oh, war ich nicht. Wie checkst du jetzt eigentlich auf der Skills-Skala ein? So. Auch von Scheiße bis Scheiße. Von Scheiße bis alles klar. Auch wieder. Guck mal, schreibt es doch in die Kommentare. Man weiß es ja nicht. Wie, war das eigentlich da, oder? Och. Ich habe gerade voll das Lijavu. Ich springe gerade genauso am Ball vorbei wie in der ersten Folge. Direkt in den ersten Sekunden. Müsst ihr jetzt mal gucken. Ah, stimmt. Da, jetzt. Ach so, das. Genau wie in der ersten Folge, ey. Verstehe ich nicht. Ja, und. Jetzt gucken wir mal. Oh, lol. Das hat mich voll abgelenkt, die Explosion. Aber richtig hart. Ne, kenne ich. Wie? Ja. Will ich auch hoffen, dass es dir da... Ach, komm. Ach, schön gehalten. Retter in der Not. Jannik ist auch so einer, der geht immer zu den Obdachlosen und gibt denen ein paar Cent zum Überleben. Oh, das ist nicht gut. Die geben dir ein paar Cent. Jawoll. Den habe ich easy gerettet. Ich gebe nicht ein paar Cent, ja. Ich schmeiß dich mit dem Cent-Stück ab, damit du endlich abhauwst. Wahrscheinlich. So bin ich halt. Ach, komm, ey. Meine Güte. Oh, lol. Was ist gegen die zu spielen? Ich schon wieder dieser Dummkopf von gestern bin. Du bist immer der Dummkopf. Was soll das denn? Oh, der ist drin. Kontert. Ach, der Janrich. Ich muss dich verarschen. Also extra, okay. Jungs, tut mir leid. Das sind einfach, nee. Das war extra, Mann. Ja, komm, sei ruhig. Hatte das nicht extra, aber ich hätte von rausfahren müssen. Nein, das war 100 Pro nicht extra. Ich habe das gesehen, wie du gefahren bist. Ja. Geblockt. Habt ihr ja jetzt die Zeit weggespielt. Blockt. Kannst du mir so aufhören, uns hier so rumzubullen? Das tut mir weh in meinen Öhrchen, in meinen kleinen süßen Öhrchen. Habt ihr eigentlich Schluss auf Facecam? Sag mal, jemand, die mich für uns zugucken gibt's. Egal, man kann ja mal fragen. Facecam sollten er es später machen. Nein, finde ich nicht. Ich bin durchaus damit zufrieden, auch meine hässliche Presse früher zu zeigen. Ich habe das wieder aber keiner gesehen. Ah, was? Hab ich. Alles gut. Natürlich, guck mal. Ach stimmt, ich muss da noch neue Webinarien kaufen. Oh, der ist vielleicht drin. Als ob der Blobold den hält. Es könnte ja schon 3-3 stehen, weißt du, was ich meine? Könnte. Eventuell könnte man das so als akzeptable Leistung nehmen. Ich bin so schlecht. Ey, Mann. So scheiße. Ich töte mich. Kein Ding. Was, Zeit? Oh, lo. Pff. Ah, waff. Ja, Moritz. Ja. Mann, was mache ich denn? Da geht der mich weg. Ey, ich... Ich schwöre es euch, ne? Weil die mal wegen mir. Oh. Da. Ist das doch ernst? Ja, ich bin kein Buß. Das war meine Schuld. Der meinte mich. Ich bin echt... Boah, da ist es los. Wir hätten ja gewinnen können. Zum Beispiel eine Verlängerung. Nein, ist ja nicht schlimm. Das war halt wieder souverän verloren, würde ich das mal nennen. Aber wie sieht es aus? Zweite Runde hinten dran? Ja, oder? Auf jeden Fall. Dann kurzer Cut und bis gleich in der nächsten Runde, meine Freunde. So, willkommen zurück. Und jetzt gucken wir mal, was diese Runde für uns bietet. Wie gesagt, der Sinn von Rocket Place natürlich souverän verlieren, wie man es gerade wieder schön gesehen hat. Ein Paradebeispiel. Die gestrige Folge natürlich auch noch. Ja, natürlich. Er ist antäuscht, dass man ultra gut spielt und dann wieder die letzten Vollmongos spielen. Ich finde das immer super. Oh, oh, das meine ich damit. Texas hat den Ball und ich habe ihn aber auch. Oh, der ist mein Minions-Todent. Er ist nicht Texas sogar ein Bot? Texas, ne, Texas. Texas? Ja. Ich mach keine Ahnung. Voll egal. Ich weiß nicht, Texas ist der Bot. Chill dich mal. Oh, weiß nicht. Warst du auch nicht. Die Jungs, Mann. Was da los, Mann? Jetzt denkt bestimmt so jeder, wir spielen extra Scheiße in den Aufnahmen, aber nein, wir sind einfach wirklich so behindert. Das geht's überhaupt nicht, ey. Jeder hat mich nicht. Ja. Oder den habe ich nicht. Äh. War knapp. Er kommt so nicht so gut, bitte. Ah, war das knetziges. Nein. Ich gehe nicht weg. Kommt aber noch und nur. Nein, ich glaube, das war. Ja, das war schon knapp. Oh, ich bin mir ganz in Gefahr. Hab ihn. Klärt, ganz souverän. Nein. Fucking. Scheiße, Mann. Aber das sagt man dann auch nicht. Wann, warum fängt so mit dir? Alles klar. Ja, tut mir leid. Was ist denn der von neben mir auftauchst? Ja, auftauchst, ich hab mich geportet. Volli, ich hab mich nicht mal gesehen, Idiot. Oh, Junge, fliege ich für eine halbe Stunde. Was man vielleicht mal kurz-series ansprechen könnte, ist, dass bald hier halt nicht nur noch halt Rocketing, wie gesagt, aber noch das LoL-Projekt kommt. Und so eine Runde Feat the Beast Infinity hätte mir mal übel Bock drauf, weil große Fans der Feat the Beast Reihe, so würde ich was mal nennen. Auf jeden Fall. Ich nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Ich hab da noch ein paar Problemchen von ausnahmetechnischen her, aber sonst kriegen wir das bestimmt mal geschissen hier. Was wir halt nicht so gut geschissen bekommen, ist diese Runde Rocketheak. Die ist schwierig, Alter. Das war einfach die Überleitung auf Doom. Das war einfach die Überleitung. Das war die Überleitung. Das war damn Überleitung. Ach komm, was macht denn der so einen Ball da raus, Alter? Nein. Ach komm, dann kommt er wieder. Was ist denn das hier für eine Sackkacke? Ey, ich spiele wie der letzte Vollidiot. Oh, Mann. Oh, Alter, der sei skalierend voll. Ich skaliere den. Boah, ich fliege so ein bisschen. Hab ihn geblockt, den netten Jungen. Ah, kann nicht wahr sein. Ach Mann, dieser Texas, Mann. Ja, aber ich, mach. Kann ich. Ich hab ihn mit dem Fall zurückzieher, Alter. Boah, das ist knapp. Was machst du da, du Spaß? Warum bin ich so hochgefallen? What the fuck? Da ist es? Ja, da ist es. Da klaut er mir noch das Tor, der Geier, ey. Wir haben weggekickt. Okay, das war mein Tor. Guck mal jetzt. Ja, genau, das war dein Tor. Eindeutig. Ich hab ihn da weggekickt aus dem Tor, guck. Eindeutig war das dein Tor. Guck, das hat er verkackt. Easy, war mein Tor. Ja, natürlich war das dein Tor. Wieder, weil... War eine schöne Vorlage, Kai. Nee, nee. Einfach nein. Nee, einfach nein. Ich bin... Der Tor war lange nicht das Tag live in meine Brille. Tut mir leid, aber ist es so. Ach komm. Nein, mein Brust. Äh. Ey, das kann ich anders in der Runde gewinnen. In Rocket Place. Okay. Ah, lecker. Oh, der Brust da. In Rocket Place gewinnen. Das ist unmöglich. Das gibt's nicht. Wo? Es geht schon los mit den Shitty Plays jetzt. Jetzt geht's wieder nicht um Ende zu. Du bist ein Video, ihr Lieben. Tschüss, du dummes A. Ähm. Ach man, ey. Der tut nervt mich. Armes Mädchen. Wer der Player, D.K. G, G, C. G, 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 G gefreut eine Glanzparade geht nicht wer hätte das gedacht was machst du denn? Du fährst rückwärts und machst einen Vorwärtsaktus das verkacke ich ja immer noch du bist ja auch scheiße das verkacke ich ja immer noch hehehehe genau so und nicht anders nenn ich das ich nicht hi tschüss ach Jungs ach Mädels nein oh ich hab so nach dem kurzen Katz immer wieder da hallo hallo ja hallo hallo alles gut in der Zwischenzeit ist das halt die Wiederholung habt ihr jetzt nicht mehr gesehen aber es ist passiert das 2 zu 1 für die Gegner ist gefallen man weiß nicht was da geschehen ist oh was ein Tor du bist ein Gott alter und bam noch voll geküsst Alter das hab ich schon nicht gemacht ja klar was ein Tor war easy Moos oder? ja also aber es ging hat gewisse Schwierigkeiten aber es tut mir leid der blobbert ne der hat ganze 20 Punkte ich war in meinen Augen der beste Mann ja muss man ja mal ganz ehrlich sagen also man muss ja auch das Potenzial in den Spielern erkennen und als Semiprofi und als Semiprofi diese Leistungen zu erzielen finde ich schon sehr souverät wir müssen verlieren nein oh der nervt der Typ mich da auch noch alter ja schön oh Nachspielzeit zum ersten Mal hier in der Rocket League in Rocket Place meine ich das nicht mehr für dich in Rocket Place weil es ja auch schon acht weil es ja auch schon 600 Folgen davon gibt oder so wie jeder weiß nicht? auf unserem alten Kanal Hans Entertainment ja krass jawoll da ist es ja krass gut sehr schön wir haben gewonnen Jungs das können wir hochladen ja richtig und dann würde ich mal sagen das war es von der zweiten Folge Rocket Place hier nochmal zum genießen der schöne Abschluss und gibt es auch was zu sagen von eurer Seite oder so nö hat Spaß gemacht würde ich auch sagen mir nicht machen wir bald wieder und dann schaut rein wenn ihr Bock habt irgendwas zu gucken LoL, Minecraft oder Rocket League halt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder dann hau rein Tschüss Tschüss